Hey Leute, ich bin's, Mac Peverig. Ja, auch im Garten gibt es Regeln, an die man sich halten muss, auch Gesetze, selbst bei vermeintlich ganz alltäglichen Arbeiten. Ansonsten kann das wirklich empfindliche Bußgelder mit sich ziehen. Welche Arbeiten das sind und worauf ihr dabei aufpassen müsst, damit ihr eben nicht gegen die Regeln verstößt, das zeige ich euch jetzt. Ja, ich bin ja ehrlich, am liebsten würde ich den Baum hier, ja, ich würde den am liebsten weg haben, weil er selbst die Schäden hier in meinem Garten anrichtet. Er ist invasiv, ist von mir nicht gepflanzt worden und gehört mir auch nicht, aber selbst würde er mir gehören und in meinem Garten stehen, dürfte ich nicht so einfach einen Baum fällen. Erstmal gibt es die Zeit, in der die Vögel drin nisten, die sich dann eben vom 1.3. bis zum 30.9. beläuft. Da darf ich also keinen Baum fällen. Und dann gibt es auch einige Baumarten, die zum Beispiel geschützt sind, die man auch nicht einfach fällen darf. Und ja, auch Fledermäude, andere Tiere können in so einem Baum wohnen und dann dürft ihr den auch nicht fällen. Auch der Umfang des Baumes, wie groß der ist, was der schon an Bestand hat, wie lange der schon da ist, spielt hier eine Rolle. Deshalb einfach mal einen Baum weghauen auf dem eigenen Grundstück. Das ist nicht. Hier müsstet ihr vorher beim Umweltamt, eurer Gemeinde oder Stadt euch erkundigen und das mit denen absprechen. Ansonsten kann das wirklich sehr, sehr teuer werden. Je nachdem, in welchem Bundesland ihr lebt, sind hier unterschiedliche Bußgelder verhängt. Ja, auch beim Heckenschnitt könnt ihr nicht einfach schalten und walten, wie ihr wollt. Sonst kann das auch bis zu fünfstellige Beträge nach sich ziehen. Auch hier müsst ihr wieder den Zeitraum vom 01.03. bis 30.09. die Schere stillhalten. Ansonsten kann dann wirklich das Bußgeld verhängt werden, wegen der Vögel, die hier drin nisten und eben geschützt werden sollen. Und auch andere Tiere können in dieser Zeit in der Hecke drin sein. Kleinere Formschnitte dürft ihr machen, wenn sich keine Tiere im Heckenbereich zeigen. Ansonsten müsst ihr auch die Schere stillhalten. Das wissen viele nicht. Die denken, kleine Formschnitte darf ich machen. Nein, dürft ihr nicht, sobald dort irgendwie Tiere diese Hecke bewohnt haben. So, mein Rasen ist frisch gemäht. Alles cool, kein Ding. Aber ihr müsst natürlich aufpassen, wann ihr den Rasen mäht. Sonnen- und Feiertags ist das nicht erlaubt. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das kann je nach Bundesland ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen. Würde man niemals denken, dass das so teuer werden kann, ein bisschen den Rasen zu mähen. Ja, hier gilt die Maschinen- und Geräteverordnung. Das heißt, nicht nur der Rasenmäher ist betroffen, natürlich auch eine Kettensäge oder andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Die eben sehr laut sind und die dürft ihr an solchen Tagen halt nicht betreiben. Sonst wird es teuer für euch. Natürlich, ja gerade jetzt im Herbst, wo es dunkler wird und kälter wird, da kann man sich doch mal schön die Hände am Feuer wärmen, das im eigenen Garten oder vielleicht seinen eigenen Grünschnitt sogar, den man vorher abgeschnitten hat, verbrennen. Somit wäre man den ja los. Ich kann mich noch daran erinnern, früher in meiner Kindheit, da gab es immer jeden zweiten Donnerstag im Garten den sogenannten Brenntag. Ja, aber das ist natürlich Vergangenheit. Das ist nicht mehr erlaubt. Wenn ihr unerlaubterweise ein Feuer im Garten macht, außer ihr habt jetzt eine kleine Feuerschale aufgestellt, dann kann euch das mit bis zu 150 Euro bestraft werden und ihr müsstet das dann entrichten. Deshalb vorher bei eurer Gemeinde anfragen. Wenn ihr irgendwie ein Brauchtumsfeuer oder sowas anmelden wollt, dann tut das. Macht das aber nicht unangemeldet. Wartet ab, wie entschieden wird. Und gegebenenfalls, wenn zu euren Gunsten entschieden wird, dann könnt ihr ein Feuer machen. Ansonsten ist es euch leider verwehrt. Wie gesagt, so ein kleiner, ja so eine, ja wie sagt man, jetzt fehlen mir die Worte, so eine Feuerstelle, so ein Feuerkorb, das kann man machen. Aber alles andere ist kritisch. Ja, hier könnt ihr einmal sehen, bei mir von der Dachrinne fließt das Regenwasser hier in den Teich hinein. Ich darf jetzt aber mein Regenwasser natürlich nicht hier illegalerweise in der Kanalisation entsorgen, denn jeder Grundstückseigentümer, der muss entsprechend Gebühren für Niederschlagswasser errichten. Daher ist es auch ganz wichtig, ihr seht da hinten mal eine Terrasse. Ja, wenn ihr eine Terrasse habt, einen Hof, alles was, ja, bepflasterte Fläche ist, muss angegeben werden. Wenn ihr diese verändert, muss das natürlich auch entsprechend angegeben werden, wenn ihr das vergrößert. Und ansonsten, ja, ist das Ganze mit einem Bußgeld von bis zu 7.000 Euro, das euch da verhängt werden kann. Und deshalb seid da eher vorsichtig. Ihr wisst ja, wachsame Nachbarn sehen sowas sofort, wenn die Terrasse auf einmal doppelt so groß ist. Zumindest sehen es die Nachbarn vielleicht sofort, die euch vielleicht nicht unbedingt mögen. So, hier einfach nochmal schnell, schön schick ein Gartenhaus errichten, wunderbar. Nein, so einfach geht es auch nicht. Je nachdem, wo ihr wohnt, je nach Verordnung in eurem Wohngebiet, muss man nämlich ab einer gewissen Größe auch eine Genehmigung erhalten, um ein Gartenhaus zu bauen. Eine Baugenehmigung braucht ihr da. Deshalb, bevor ihr in eurem Garten eine Gartenhütte errichtet, ja, da erstmal nachfragen. Gleiches gilt natürlich auch für Carporte oder andere Bauten, die ihr auf eurem Grundstück errichten wollt. Das müsstet ihr einmal anmelden bei euch, ja, im Bauamt und das Ganze klären, bevor es hinterher wieder abgerissen werden muss. Auch hier ist wieder vielleicht der eine oder andere, der muss ja nicht gerade nebenan wohnen, sondern von einer Nachbarstraße vielleicht nur kommt, der das sieht, der euch nicht mag und euch anschwärzt. Und das kann dann auch mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Ja, das sind so die Dinger, die ihr beachten müsst. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen für weitere Gartenvideos. Bis dann, euer Mac Peverick.